Gute Idee, Monsieur Salz. Und wir brauchen unser kleines, dickes... Notizbuch! Notizbuch, richtig. Na schön. Wassertropfen. Eine gebogene Linie runter und wieder hoch. Und noch eine und noch eine. Fertig. Tropfen. Also, wir versuchen rauszufinden, was Blue hört. Und unser erster Hinweis ist... Wassertropfen. Hm. Dassel wird. Pepper. Evan mit den G Pues. Okay. D cosmisches Hebron. Das wird erwartet. Und den G temos jetzt.